Hey, ich bin Erik. Willkommen in meinem Immersive Lab. Wir sind ein auf Dolby Atmos spezialisiertes Musikproduktionsstudio und heute wollte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir mit dem Thema Licht im Studio umgehen und wie wir es einsetzen. Hier im Immersive Lab kümmern wir uns ja um Dolby Atmos Musikproduktion. Dolby Atmos ist ein sehr neues, sehr premium 3D-Audio-Tonformat. Das war für uns natürlich auch wichtig, als wir dieses Studio gebaut haben, dass wir dieses Premium-Tonformat auch in ein premium visuelles Format für das Studio eben einbauen wollten. Wir wollten diesem Studio einen speziellen Look geben. Wir wollten, dass sich das durchzieht vom Format über die perfekte Akustik zum perfekten Design und natürlich, wenn wir um Design sprechen, ist Licht natürlich ein super wichtiges Thema. Wir haben uns hier dann in Absprache mit meinem Akustikdesigner Ben von Kost Design für Philips Hue entschieden, weil wir den Eindruck haben, dass wir mit dem Format sehr, sehr zielgerichtet, punktuell schöne Stimmungen geschalten können, aber auch auf die visuellen Punkte, die hier im Studio sehr, sehr wichtig sind, eben auch Einfluss nehmen können und sie tatsächlich auch noch ein bisschen rausarbeiten können. Das Licht ist für uns in vielen Aspekten sehr sinnvoll und sehr wichtig. Wir haben einerseits die kreative Arbeit, die hier im Studio stattfindet. Das heißt, wie kann uns das Licht helfen, die kreative Szene, die kreative Atmosphäre tatsächlich vielleicht sogar zu unterstützen oder eben aufzufangen. Wir haben es aber natürlich auch mit Kunden zu tun, logischerweise. Künstler, die hier viel vorbeikommen. Das heißt, man ist nicht so in seiner eigenen Arbeit gefangen, sondern ist mehr auch in der Kommunikation mit den Kunden. Und da sind natürlich verschiedene Lichtstimmungen auch wichtig. Wenn wir an die kreative Ebene gucken, also wie kann mich das Licht tatsächlich in meiner kreativen Arbeit unterstützen, machen wir hier verschiedene Geschichten. Einerseits probieren wir ein bisschen den Tagesverlauf, den Sonnenverlauf irgendwie auch hier drin zu reproduzieren. Es gibt aber natürlich auch die langen Studionächte, die gibt es in jedem Studio. Und da machen wir es uns natürlich mit den verschiedenen Lichtstimmungen. Gerade wenn es um Farben geht, kann das sehr viel Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es kann die Stimmung natürlich auch ein bisschen beruhigen. Es kann die Stimmung ein bisschen aufhellen und kann dementsprechend, hat es direkten Einfluss auf die kreative Arbeit. Gerade wenn man mit Künstlern arbeitet, diese Geschichten. Denn die Künstler sind total darauf angewiesen, Feedback zu bekommen von allerlei Seiten. Einerseits von uns als Toningenieure, aber natürlich auch von der Umgebung. Ja, dann schauen wir uns mal im Detail an, wie wir mit dem Licht hier im Studio umgegangen sind. Fangen wir mal bei den Lautsprechern an. Dolby Atmos braucht eine Menge Lautsprecher. Hier haben wir insgesamt zwölf Stück verbaut. Ich habe Genelec-Lautsprecher verbaut, auch eine absolute Premium-Marke in dem Segment. Und wir wollten natürlich mit den Lichtsituationen die Lautsprecher auch ein bisschen in Szene setzen, damit man die auch schön sieht. Und wir haben uns bei den Surround-Lautsprechern für Lautsprecher in diesem rohen Alu-Look entschieden, die natürlich auch das Licht schön reflektieren können, wenn wir es dann auf die Lautsprecher bringen. Und da funktioniert das ganz gut. Zum Beispiel sehen wir bei den Seiten-Surrounds, habe ich von den Decken-Lautsprechern mir zwei Spots auf die Lautsprecher gerichtet. Auch in einer bestimmten Farbe haben wir die angepasst, eben um diese Stimmung zu gestalten. Die Rear-Surround-Lautsprecher, also die Rückwand-Lautsprecher in diesem Dolby Atmos Setup, strahlen wir auch mit den Spots von oben an. Die kriegen dann wiederum ein bisschen andere Farbe, um so eine Nuance und Akzente zwischen der Ebene auch, der Seiten- und der hinteren Ebene zu setzen. Die Front-Lautsprecher haben wir natürlich auch in Szene setzen wollen mit dem Licht. Einerseits nehmen wir uns zwei Spots von oben, die die linken und rechten Lautsprecher von vorne eher in einem Kalt-Weiß-Ton anstrahlen, gibt einen schönen Akzent. Und hinter den linken und rechten Lautsprechern haben wir jetzt in so ein leichtes Blau getaucht, die Lightbars verbaut. Die dienen jetzt nicht dafür, die Lautsprecher direkt anzuleuchten, aber die ermöglichen uns einfach diese sehr helle, akustische, visuelle Struktur, die Teil des Studios ist in dem Moment, ein bisschen in Szene zu setzen und tatsächlich auch farblich zu akzentuieren, sodass man nicht auf eine komplett weiße Wand schaut, aus meiner Perspektive jetzt hier. Genau, das haben wir mit den Lautsprechern gelöst. Rundherum im Studio haben wir ja Absorber verbaut. Die haben einen ganz wichtigen akustischen Sinn. Die bringen uns den Nachhall runter im Raum. Das heißt, der Raum wird nicht hallig klingen. Wir haben aber die Blenden, die vor die Absorber quasi gebaut sind, leicht überstehen lassen und somit quasi eine Art Schattenfuge erstellt. Hinter dieser Schattenfuge haben wir dann die Lightstripes verbaut. An der Rückwand haben wir die Gradientenvariante verbaut. Das ist nämlich die längste durchgehende Wand, die wir quasi hier haben. Und da hatten wir gedacht, es würde schön sein, wenn wir dort auch einen Farbverlauf wiedergeben können. Die Seiten und dieser kleine Auslass, der hier quasi den Rohbalken, der das Dach hier im Haus hält, widerspiegelt, haben wir offengelassen und haben das mit den kleineren klassischen Lightstripes verbaut. Last but not least haben wir unter der Couch noch eine Lighttube verbaut. Finde ich insofern ganz spannend, weil die wie so eine Art Unterbodenbeleuchtung und so ein bisschen indirektes Licht eben noch auf Fußbodenhöhe in den Raum gibt. Auch quasi durch die Couch in einer Art Schattenfuge verbaut. Gibt es einfach nochmal einen schönen Akzent. Und je nach Lichtstimmung, die wir hier über die App dann auch abspielen können oder abrufen können, erscheinen dann diese verschiedenen Systeme, die wir verbaut haben, auch in unterschiedlichen Farben. Ich kann euch das mal kurz am Beispiel zeigen. Wir haben hier verschiedene Szenarien hinterlegt. Wenn wir draußen jetzt den grauen Regentag haben, haben wir hier drin das Pendant mit etwas mehr Sonnenlicht oder Tageslicht. Für die dunklen Studionächte haben wir gedämmtes Licht. Ganz schön zum Beispiel, was auch sehr effektvoll ist, ist zum Beispiel auch so etwas wie dies hier. Das kann man als Sonnenuntergang definieren. Die Wintersonnenwände, mehr kaltweißes Licht. Und so haben wir uns für verschiedene Szenarien eben verschiedene Lichtstimmungen abgespeichert, die wir dann dementsprechend abrufen können. Und ich glaube, ich kann unzählige abspeichern, wenn ich möchte und alles verändern. Und das ist wirklich eine sehr angenehme Geschichte. Ich kann aber auch auf die Lampen einzeln eingehen. Ich kann das mal kurz am Beispiel von dem rechten Lautsprecher zeigen. Der leuchtet jetzt in so einem Magenta-Lilaton. Ich kann es mal übertreiben und kann ihn ins Rot ziehen. Dann sehen wir sofort, dass sich das ändert. Also es ist wirklich instant und das macht die Sache sehr, sehr umfangreich und sehr flexibel. Und abschließend können wir sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem System. Wir haben es ja tatsächlich schon in der Planungs- und Bauphase gewusst, dass wir uns für dieses Philips Hue Licht System entscheiden werden. Konnten dementsprechend auch visuelle Entscheidungen dahingehend schon treffen. Das Feedback der Kunden, der Produzenten, die hierher kommen, ist durchweg sehr, sehr positiv. Es macht eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist ein skalierbares System. Das heißt, sollte ich mehrere Lampen hinzufügen wollen oder ich finde neue Modelle, kann ich sie einfach in das System hinzufügen. Und als kleines Goodie, es lässt sich auch wunderbar in Sprachsteuerungssysteme integrieren, wie zum Beispiel Alexa, Licht aus.